Ja, moin. Habe ich einfach einen Bug gefunden. Zwei Bewegungswälder. Einer liegt hier. Leute, der zeigt sogar was an. Wie dumm ist das denn? Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das... äh, hä? Okay. Ich glaube, der Typ da oben sollte uns eigentlich was antun, habe ich so das Gefühl. Hallo. Ja. Ach, komm. Ja, wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Ne, so wird das nix. Ja, ist ja gut. Ich glaube, ja, 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 ja. Frage ist, wie soll ich denn da hin? Ich komme da ja nicht durch. Lass mich hier roh, lass mich hier roh. Kleiner, frecher. Gut. Ja, ich habe keine Muni. Eine Kugel habe ich noch. Ja, okay, das war's. Das war's nochmal komplett. Äh. Ich will hier was machen. Ah, das Ding hat jetzt genug Strom. Ja, toll. Ach, komm. Wo war der letzte Speicherstand? Bitte nicht so weit weg. Willkommen bei Sixth and Communications. Bitte nehmen Sie sich alle Rezensionen an. Ja, ja. Hallo. Mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein.